In diesem Video gucken wir uns die 5-5-5-Skillung vom Totenbeschwöreraffen an. Und zwar ist das unter anderem Siege from the Underworld, also einfach eine Zombie-Armee, die wir beschwören können. Dann Death is Among Us, also wo er einfach Morbs und Bloons executen kann, die weniger als 40% Leben haben. Und wenn man die Fähigkeit aktiviert, sogar weniger als 60% leben. Und Ultimate Sacrifice, wo man einfach Leben von sich selbst opfert, um einfach eine andere Dimension zu beschwören, die einfach die Bloons zerstört. Lasst jetzt unbedingt ein Like und einen Kommentar da und abonniert den Kanal, um in Zukunft kein Video mehr zu verpassen. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Also wir upgraden als allererstes mal unseren Totenbeschwöreraffen auf Deadly Blast. Dadurch können wir nämlich einfach jetzt 2 Layers kaputt machen. Und guckt euch das an, jetzt müsst ihr eigentlich die blauen Bloons auch im One-Shotten. Ja, richtig nice, okay. Als nächstes haben wir Miyamasma oder Miasma? Miasma, Miasma Leute. Und dadurch machen wir jetzt einfach Poison, also Gift, einfach mit jeder Attacke. Und dadurch macht er einfach extrem viel Damage über Zeit, was hoffentlich später nicht für einen Mega-Lag sorgt. Außerdem sieht die Attacke ein bisschen anders aus. Und jetzt haben wir unten noch Necro Reach. Also das ist einfach nur ein Reichweitenerhöhungs-Upgrade, würde ich sagen. Weil viel mehr steht da ja auch gar nicht. Steht einfach nur, die Reichweite wird erhöht. Deswegen gehen wir da jetzt drauf und dann haben wir schon den 1-1-1 Totenbeschwöreraffen. Und als nächstes, bevor wir jetzt in die 2-2-2-Version gehen, brauchen wir natürlich ein bisschen Geld. Und dafür werde ich hier mal, ich würde sagen, 5 Cash-Drops abwerfen. Und wir werden uns eine 4-2-0-Farm, würde ich sagen, kaufen. Beziehungsweise brauchen wir ja gar nicht. Wir brauchen den hier gar nicht. Ich habe ja Ultimate Cross-Pething an. Das bedeutet, wir können einfach hier einen Supermarktplatz bauen. Und zwar einen 3-3-3er. Der sieht jetzt aus wie eine Bank. Der müsste aber jede Runde richtig... Wie ist das eigentlich? Wie viel Geld macht der die Runde? Okay, der macht jetzt schon pro Runde 700. Okay, das ist komplett krank. Okay, ist komplett busted, Leute. Das ist wirklich overpowered. Wer natürlich auch nicht fehlen darf, ist George. George packe ich mal... Irgendwer hatte letztens gesagt, mach mal Eis und pack George übers Wasser. Und das mache ich jetzt auch. Allerdings packe ich George diesmal nicht übers Wasser, sondern... Ey, man kann den nicht auf den Kochtopf hier packen. Dachte, das funktioniert. Ne, funktioniert nicht. Okay, dann packen wir ihn hier übers Wasser. Ich weiß nicht mehr, wer. Irgendwer wollte unbedingt, dass ich den ins Wasser packe. Beziehungsweise das Wasser einfriere und ihn dann ins Wasser packe. Und das machen wir jetzt einfach mal kurz. Also, jemand aus meinen Kommentaren, der das wollte. Hier, George, Eis, Wasser, zufrieden. So, ich würde sagen, wir schicken mal 2-3 Runden raus, dass wir ein bisschen Geld kriegen. Und als nächstes gehen wir wieder in die Upgrades rein. Also, wir haben hier einmal Ethereal. Also, dadurch kann er... Ich hoffe, ich spreche das alles... Ich spreche das eher alles falsch aus. Aber ihr kennt es, man. Als deutscher, englischer Aussprache ist sowieso eine Vollkatastrophe. Dadurch kann er auf jeden Fall jetzt alle Arten von Bloons angreifen. Das schon mal sehr wichtig ist, weil in Runde 24 kommt der erste Unsichtbare und in Runde 28 der erste Bleibluen. Das machen wir jetzt schon mal. Jetzt haben wir Dual Casting. Das macht einfach, dass er ein Random Target extra angreift. Also, wir gucken uns jetzt mal kurz den Attack an. Und jetzt hole ich das Upgrade. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt aussieht. Hat sich eigentlich nichts verändert. Aber ich glaube, jetzt... Die Attacke geht halt immer einen weiter, weil jetzt mittlerweile einer extra Damage kriegt oder so. Ich weiß es auch nicht genau, Leute. Auf jeden Fall haben wir hier noch Greater Power. Also, einfach größere Kraft oder so ins Deutsche übersetzt. Und dadurch kann er jetzt einfach... Ja, die Explosion, also die ihr hier seht, diese kleine Purple Explosion, müsste jetzt dadurch einfach ein bisschen größer werden. Und Tatsache, die wird jetzt einfach zu so einem Totenkopf Explosion. Richtig nice. Als nächstes haben wir hier das spirituelle Ritual. Dadurch kriegen wir jetzt 500 mehr jede Runde. Übrigens müssen wir nachher noch... Das habe ich noch nicht gesagt. Wir müssen noch 10 von diesen Ritual-Liedern bauen. Und 10 von den Spiritual-Ritual-Typen. Einfach, weil wir uns dann buffen. Und dann können wir den 5-5-5-Turm noch 10 Mal buffen, Leute. Das wird komplett krank. Ich vermute übrigens auch, dass er so Runde... Ja, er ist halt ein Nekromant. Also, ich denke, da passt Runde 666 gut zu, oder? Ich denke, das ist meine Schätzung. Also, 666 sollte er hinkriegen. Alles andere wäre einfach traurig. Also, das muss schon so ein bisschen was mit Dämonen und Teufelszahlen zu tun haben. Deswegen 666. Als nächstes Lifestyle. Ja, wer Englisch kann, der weiß, was das bedeutet. Lebensentzug praktisch. Und, äh, ja, das macht halt, dass wir jedes Mal, wenn wir Bloons töten, Leben kriegen. Oder zumindest ab und zu, oder? Ja, da haben wir gerade Leben bekommen. Ihr habt's gesehen. Wir sind jetzt bei 163. Wir müssen jetzt gleich nochmal Leben kriegen. 164. Ab und zu steht dann hier einfach Execute. Und dann kriegen wir jedes Mal Leben. Passt auf. Da. Plus 2 Lifestyle. Okay, nice. So, und als letztes haben wir Race Undead. Dadurch können wir, wer die Videos vorher schon gesehen hat, weiß, was jetzt passiert. Dadurch können wir jetzt einfach Quincy's Vorfahren beschwören. Ich glaube, das waren genau 3... Ja, da steht sogar 3 Stück. Und das Upgrade kostet 10.000. Das heißt, wir müssen mal kurz hier ein paar Runden vorschicken. Wir kriegen hier jetzt auch jede Runde Geld. Also, ihr seht, durch den Ritual-Leader hier kriegen wir jede Runde 500. Ist ganz nice. Beziehungsweise 550, komischerweise sogar. Obwohl wir noch keinen Buff haben. Und jetzt holen wir Race Undead. Das sind jetzt die drei Vorfahren von Quincy. Die schießen, glaube ich, so Knochenpfeile oder so. Müssen wir mal genau hingucken. Aber ich meine, ja, die schießen Knochenpfeile. Und diese Knochenpfeile, können explodieren die? Nee, ich glaube, die Explosion ist dann doch von ihm. Ich bin mal gespannt, wie weit der 3-3-3-Totenbeschwörer kommen wird. Also, ich vermute, der kommt jetzt schon bis Runde 60. Weil der ist ja alles noch am One-Shotten. Also, diese 5-5-5-Türme sind ja sowieso immer komplett broken. Deswegen, also, ich denke, der wird das easy hinkriegen. Und ja, selbst der Moab gar keine Chance. Ich schicke mal Runde 60 raus. Ich grade hier mal noch kurz ab zu BRF. Okay, ey, wir machen ultra viel Geld gerade. Und jetzt Runde 60 rausknallen. Und ich denke, das wird kein Problem. Das sollte der eigentlich wegstecken. Ich schicke jetzt sogar noch Runde 63 hinterher. Dass hier ein BFB plus Runde 63 ist. Und selbst Runde 63 plus BFB kriegt er hin. Komplett broken. Okay, also, wir gehen weiter. Das nächste Upgrade, die nächste Upgrade-Reihe kostet über 70.000 zusammen. Also, als erstes unten auf Ritual-Leader. Dadurch kriegt er 10% mehr Attack-Speed. Und wie ich eben schon gesagt hab, nice, wir haben das Level geschafft. So, wir gehen ins Freeplay. Wie ich eben schon gesagt habe, er kriegt 10% mehr Attack-Speed. Und das Ganze ist 10x stackbar. Also, genau wie unten vom Poplars-Druiden. Nur da ist es 5x stackbar. Und, ähm, ja, der wird auf jeden Fall jetzt richtig stark. Weil er kriegt ultra die Range. Guckt euch die Range an. Er kann hier oben schon angreifen teilweise. Also, er kann sogar beim Start angreifen. Das ist ja richtig krass. So weit hätte ich nicht gedacht, dass er da angreifen kann. Oh, die Quincy's. Die Quincy's können auch bis nach da oben angreifen. Das ist richtig crazy. Okay, dann Fatal Fate. Also, das fatale Schicksal. Ja, das kann halt executen, wenn ich die Ability use. Executet er, glaube, bis zu 5 direkt. Und ab und zu executet er Bloons, die unter 20% Leben haben. Also, wenn ein Moab zum Beispiel unter 20% Leben hat, kann er den One-Shotten. Das steht auch manchmal. Execute. Das sieht man jetzt hier nicht so gut, weil es direkt oben am Anfang des Bildschirms ist und rausbackt. Das sehen wir gleich ein bisschen besser. Und Empowered Undead. Also, wir verstärken einfach die Untoten. Und rufen dadurch noch drei weitere, ja, Zombies von Plants vs. Zombies. Beziehungsweise hier in unserem Fall sind es Sordat Zombies. Und die haben sogar eine Range, dass sie bis zum Anfang angreifen können. Auch komplett krank. Ich mach mal einmal hier die Fähigkeit. Okay, passiert nicht wirklich was. Ich glaube, jetzt können wir auch schon bis Runde 100 schicken. Mindestens. Weil die 4-4-4-Version sollte eigentlich Runde 100 easy hinkriegen. Weil, guckt euch das an. Die macht ultra viel Damage. Die kann über alle tanken. Also, es ist komplett crazy. Ja, guckt euch an, wie viel Damage der BAD kriegt. Das ist halt wieder gottlos. Das ist wieder, ist wieder so ein gottloser Turm. Ist das krank. Und executed. Oh mein Gott. Das ist einfach zu heftig. Wie die alle executed werden. Das ist so krass. Okay. Wir gucken Runde 119. Kriegt der 3 BADs hin? Der 4-4-4-Nekromant. Ich glaube nämlich, das könnt ihr hinkriegen. Übrigens nochmal großes Dankeschön an Bergbauer. Der hat sich den Mod nämlich runtergeladen. Weil man konnte ja die 5-5-5-Version vorher nicht machen. Hat die dann geändert, damit jetzt die 5-5-5-Version geht. Also nochmal vielen Dank, Bergbauer. Falls du das siehst. Danke dir, dass du das für mich gemacht hast. Ehrenmann. So. Kriegt er die 3 BADs hin? Also. Er executet hier auf jeden Fall irgendwas. Aber nicht den BAD, sondern das, was da drunter ist. Es ist schon sehr. Es ist sehr heftig, glaube ich. Für ihn gerade. Die Sworders, die sticken jetzt schon drauf. Die hitten also die ganze Zeit den BAD. Ist glaube schon. Oh, ich kann die Fähigkeit nutzen, damit ich die alle execute. Dadurch habe ich jetzt 20% Damage an allen gemacht. Oh mein Gott. Das wird richtig knapp. Das wird richtig knapp. Ich glaube, wenn ich die Fähigkeit nochmal kriege, sollte ich es haben. Okay. Nice. Den haben wir geexecuted. Die werden auch alle geexecuted. So. Jetzt einmal noch die Fähigkeit. Fähigkeit. Wobei, ich verwarme die für 140. Glaube, wir schaffen es. Komm schon. Komm schon. Und ja, das sollte durch sein, oder? Ja, das ist durch. Okay. Das haben wir geschafft. Schaffen wir Runde 140. Schaffen wir einen gepanzerten BAD mit dem 444-Turm. DDTs sind ein großes Problem, sehe ich gerade. Die sind ein bisschen schnell. Dafür haben wir noch nicht genug Damage. Und da kommt der BAD. Wir haben dem noch nicht wirklich viel Damage gemacht. Was passiert bitte gerade mit dem BAD? Oh mein Gott, Leute. Was ist da für ein Dot auf ihm drauf? Guckt euch das an. Mann, das ist wie von Isili, nur dass da Totenköpfe um ihn herum tanzen. Wir haben einfach eine neue Fähigkeit anlockt. Was zur Hölle? Wir haben einfach eine neue Fähigkeit anlockt durch die 555-Version. Das war vorher noch nie so. Das ist ja komplett krank. Ich mache jetzt executed. Jetzt ist die Fähigkeit weg. Jetzt ist sie wieder da. Ich habe keine Ahnung, was da passiert, Leute. Ist auf jeden Fall komplett krass. Aber bevor wir sterben, gehe ich jetzt auf Siege from the Underworld. Und, okay, jetzt haben wir richtig viel Damage. Ich denke, so müssten sie es hinkriegen. Wobei, der Damage sieht nicht gut aus gegen den BAD. Oder? Ich glaube, das ist zu wenig. Ich glaube, wir müssen auf Death is Among Us gehen. Für ein extra Damage. Death is Among Us. Reicht das für einen Schaden? Es reicht immer noch nicht. Okay, Ultimate Sacrifice. Wir haben die 555-Version, Leute. Und... Ey, die macht echt wenig Damage. Ich glaube, ich brauche die Fähigkeiten, weil es sonst nicht funktioniert. Komm schon. Komm schon. Fähigkeit. Okay, alles wird super executed. Habt ihr es gesehen? Oh mein Gott, das war richtig crazy. Und, okay, wir haben es geschafft. Und jetzt, meine Damen und Herren, müssen wir erstmal... Erstmal buffe ich ihn jetzt mit einem Affendorf. Ist ja klar. Also so ein kleiner Affendorf-Buff, der darf natürlich nicht fehlen. So. Ich mache sogar MIB, damit er alles angreifen kann. Kann er ja sowieso, aber ich weiß nicht. Manchmal buggt das ja. Und jetzt bauen wir 10 Stück. So, das sind jetzt seine Jünger, beziehungsweise seine Anhänger. Und die werde ich jetzt nur unten rein skillen. So, jetzt kriegt er hier den Buff, ihr seht. Nee. Jetzt. Okay, ich muss die auf 4 upgraden. So, wir upgraden die alle auf 4 ab. Die werden zwar jetzt auch ein bisschen Davidsch machen, aber der eigentliche Sinn ist ja, dass L gebufft ist. Darum geht es ja eigentlich. Oh, wir haben gar nicht genug Geld. Oh, dann muss ich mal kurz warten. So, jetzt haben wir genug Geld. Zack, zack, zack. Okay. Jetzt hat... Er hat 11 Buffs. Kann man denn mehr buffen? Weil er 5 für 5 ist? 12? Oh mein Gott. Wieso kann man ihn mehr buffen? Warte, ich muss nochmal gucken. Nur 10, aber weil er die 5 für 5 Version ist, kann man ihn öfter buffen. Okay Leute, ich probiere so viele wie möglich in Reichweite reinzukriegen, um den absolut ultimativen 5 für 5 für 5 Necromancer zu machen, Leute. Okay Leute, ich glaube, es geht nicht mehr als 20 Buffs. Ich guck nochmal. Ne, 20 ist das Maximum, Leute. Also er kann 20 von 20 seiner Jünger haben und er hat jetzt hier praktisch 20 seiner Jünger. Und ich würde sagen, jetzt ist es der ultimative 5 für 5 Necromancer. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt in die nächste Runde und gucken uns das Ganze mal an und wie weiterkommt. Ich werde hier oben noch für Cooldown Reduction ein U-Boot bauen, wenn ich das da reinkriege. Da geht nämlich ein U-Boot rein. Ich weiß, dass hier eins reingeht. Ach Mann, okay, ich baue einfach ein Planschbecken. So, ein U-Boot für weniger Cooldown und jetzt, Leute, werde ich noch hier einen Tagbot machen. Den Tagbot werde ich drauf machen und jetzt ist es, das ist wirklich der Gott. Das ist der Gott der Untoten. Leute, ich schicke jetzt, wo ist George? Da. Ich schicke jetzt Runde 300. Let's go. Runde 300, Leute. Wir haben gerade keine Fähigkeiten. Oh mein Gott, es ist mega am Leggen. Was zur Hölle ist hier? Okay, kann ich Accessibility irgendwie runterstellen? Ich weiß nicht, ob das für diese Sachen funktioniert. Ja, kann man. Ich stelle es mal auf Off. Ich weiß nicht, ob sich hier irgendwas ändert. Oh mein Gott, das ist wirklich, das ist verflucht. Was passiert hier, Leute? Das ist komplett verflucht. Was geht denn hier ab? Aber alles wird geexecuted. Oh mein Gott, seht ihr das Feuer, was da hinterher zieht? Das ist komplett krank. Das ist wirklich komplett krank. Okay, ich muss unbedingt nochmal hier den Tagbot ausmachen. Ich darf hier die Fähigkeiten nicht benutzen. Ich muss die gut timen. Okay, ich glaube, der kriegt das ganz knapp hin. Ich glaube, er wird es ganz knapp ohne Fähigkeiten hinkriegen. Ich weiß es nicht genau. Ah, komm schon. Er ist jetzt wieder am Executen. Jetzt wieder nicht. Okay, ich muss die Fähigkeit aktivieren. Komm schon. Ich glaube, ohne die eine Fähigkeit schafft er es nicht. Oh mein Gott, er hat es ganz knapp am Ende geschafft. Und jetzt fängt es wieder an zu Leggen. Er hat die Fähigkeit aktiviert. Okay, er hat es geschafft. Er hat Runde 300 geschafft, Leute. Ich probiere jetzt noch Runde 666. Aber ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich werde mal hier Autostart aufmachen. Ich bin jetzt nochmal sicherheitshalber, das ist noch ein BAD aus Runde 300. Aber ich bin jetzt mal in Runde 3 gesprungen. Und ich warte jetzt, bis alle Fähigkeiten ready sind und probiere dann Runde 666 zu machen. Okay, Leute. Es ist soweit. Runde 666. Auf die Plätze. Fertig. Los. Fähigkeit aktivieren. Beide Fähigkeiten aktivieren. Und Accessibility hochschrauben. Und Abfahrt. Wir sind in einer anderen Dimension, Leute. Und der Nekromenza, der 555-Nekromenza, sorry. Der schafft es einfach, oder? Ich glaube, eigentlich muss er es schaffen. Hier sind so viele Totenköpfe und so auf dem Bildschirm. Eigentlich muss er es hinkriegen. Komm schon, bitte. Runde 666. Komm, dann wäre das, das wäre perfektes Ende fürs Video. Oh, es ist, leider ist der Turm sehr am Leggen, muss ich sagen. Aber das liegt halt, ist normal bei 555-Versionen. Da exekutet er wieder ein paar Türme. Ähm, ein paar Bloons. Okay, nice. Teilweise exekutet er halt 30, 40 Mal hintereinander. Und macht dann jedes Mal 60% Schaden. Das ist halt komplett krank. Ich glaube, sein Auto-Attack an sich ist gar nicht so stark. Aber Leute, mein PC ist hier auf jeden Fall total am Kämpfen. Ich würde sagen, wir einigen uns drauf, dass er es schafft. Aber, dass er einfach ewig braucht, weil mein PC abschmiert gerade. Und ich würde sagen, das soll es gewesen sein, falls euch das Video gefallen hat. Lass gerne ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns morgen für noch mehr Bloons-Content. Haut da rein und ciao. E 제가 Nextipp plus auf den Kanal. Bis zum nächsten Mal.